so freunde willkommen da hast mich näher kommen aber gerne doch du alte so mal gesundheit dann klein ja hier wieder eine neue folge platzmann reparieren hätte ich gerne und da ich nicht weiß wo wir auf meiner ecke da hin können und so weiter gehe ich mal in die nein nicht die volle da komme ich dann auch gar nicht wieder zurück die verlast die werkstatt von da kommen ja nirgendwo zurück dann ich muss in dieses gefängnis rein so 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 jetzt bin ich hier wo ich jeden fall noch irgendwie weiter kann aber auch hier sind harte gegner vor allem die da mit dicken säcken ich habe mir auch so einen dicken gegner mal besiegt irgendwo irgendwie aber genau davon darf man sich jetzt auch nicht treffen lassen dann kommen wir hier du dicker sack auch noch mal da guck dir das an wenn ich die einmal zweimal treffe die sind schon weg und bei denen hier zweimal getroffen heißt dann die hälfte jetzt weg ey ich habe ihn doch getroffen ich habe ihn doch getroffen die andere ecke da im wald oder wo auch immer treffe ich die anderen mit zweimal und dann zack zack sind sie weg aber hier bei denen ist nur die hälfte von der ecke weg ok mal sehen kann ich dir von hinten hart dran nehmen ah nein ah alter was ich mit einem treffer hier abziehen einmal ich bin einmal ja genau was haben wir hier Mond. Einmal habe ich sie gehabt, einmal Mond. Jetzt. Oh, wieder Zwillinge. So, dann gehe ich mal hier. Ach du Kacke, ey. Ich bin doch ge... Oh, diese Hexenviecher, ey. Alter. Ja, Plombsfall erstmal hin. Kann noch nichts machen. Jetzt eher seh. Hup, hab wir lachen. Nein, der Fresse. Kiesel, naja. Äh. Ne, das ist nur so. Da kann man oben nicht landen. Mein Name ist Kiesel. Ich bin ein schneller Wiesel. Gut, dann. Schauen wir uns hier mal um. Und hier höre ich auch schon wieder das dicke Schweinsdampel. Oh, was für eine dicke Sau, ey. Dampel, Dampel, Dampel. Trampel, Trampel. Voll. Nein. Ah. Oh, das geht im Platz wie ein Luftballon, ne? Viermal Blutviolen, wow. Ähm. Oh. Alter, was ist denn ein Aushit hier? Unglaublich. Drei Stück von denen, juhu. Kann ich meine Achsel schon mal wieder verbessern? Das ist echt unglaublich, ey. Bei den anderen Runden davor, sag ich mal, hau so zweimal vielleicht? Hallo? Ah, Leuchtweier. Etwas gesagt, ja. Okay, ich guck mal, wegen Scherben. Viercher Scherben, so wie ich hab ich hab. So. Dann lass mal Luki-Luki machen. Ach, das gibt's. Meine Achje. Äh. Ne, das ist ja das hier, warte mal. Ist da noch was Neues? Ne. Moment. Ich will nicht die Blutding, ich will gerade das verstärken. 11. Kann man davon? Halleluja. Jetzt brauche ich Blutstein trocken. Okay. Na, immerhin ist die hier auch schon wieder richtig stark geworden. Und da haben wir Scherben, brauchen wir 3-3, alles klar. So. Hm. Reparieren? Ne, hatte ich ja eben. Ah, oder so. Ähm. Die alte weg. Nein, ich würde oben im Gefängnis. Eieieieiei. Eieiei. Ach, jetzt habe ich die Tür hier aufgemacht. Genau. Ich denke, wie ist denn das hier jetzt auf einmal? Na genau, brauche ich bei den dicken Säcken nicht vorbei. Hier laufe ich dann doch lieber lang. Haaa. So. Dann gehe ich von hier aus mal nach links. Den links. Da stinkts. Ähm. Ne, hier kommen wir nicht weiter. Auflieg doch. Ne, hier war da nicht, oder? Nein. Da liegt nur jemand. Ach Gott ey, die dicke, fette Sau ey. Oh. Da ist ein Rewe. Ah, funktioniert nicht. Na toll. Äh. Boah, ist das tief. Okay. Da muss irgendwo offen noch was fallen. Da muss irgendwo offen hinkommen. Ah, da. Was, alte Sonne, wacht da was? Hm, gut. Da ist ein Hunding. Bei El Munding. Bei El Munding. So, aber laufbar denn jetzt. Komm mal hier, du bitte fette Sau. Na komm. Ja, 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 ja. Oah, gell. Da ist ja immer was da. Alter, was geht das hier für ein Schweinbraken ey. Ich weiß, was ist denn jetzt? Also, ich bin schon voll veli toll. was haben wir denn hier sie an ein bleichblut himmel was sie an ein bleichblut himmel ok hier ist Sand wow, jetzt crash ich da durch die Eifel drauf na komm Aua Aua ok lieber mal aufgetankt was getrunken denn mit einmal so viel Fahrt gemacht ey die olle Sau hier Blitzpapier, ok, fünfmal hier sind dann wieder die Runde oh, ein, zwei, drei, vier im Moment na komm, ja, Peter, ich komm ja, komm da nehm ich eben dich kack die sind mit einem Schlag weg na dann ja, du komm hier na dann so na dann aber jetzt so ach, bevor ich bei dem hier bin ey guck die anderen von weiter hinten immer ein und wir führen wieder Propeller mal gucken ok ok der zweite hat ihn getroffen komm her du Kütte Kütte, Kütte, Kütte Kütte, Kütte oh, so gut ich bin dahin und da rein aber für meine Attacke kann ich ja nichts dafür so hm 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 Nochmal zwei und so ein Großer? Hallo? Die Runde sind ja... Alter, und der hat nur noch so wenig, ey! Nein! Alter, hau mir nicht mit deinen Sack, Mann! Eigentlich hatte ich nur einmal gedrückt. Oh! 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 Bein hätte ich... Der hat mich mit seinem... Sack getroffen! Hehehehe! Ach ja! Es ist so schön! Wenn man einen Sack hat! Hehehe! Nein! Ähm... Hallo! Da ist nix! Okay... Tunitros! Aha! Tunitros! Äh... Inventar... ... ... ... ... Tunitros hier... ... 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 Eine Trickwaffe. Okay. Gut. Dann würde ich mal sagen, liebe Freunde, mache ich hier an dieser Stelle mal eine Pause. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Ja. Oh, eine Eisenrüstung hier. Von Jahagul. Gut, das gucke ich mir dann in der nächsten Folge mal an. Und ja, wow. Bis dahin sage ich, mache es gut oder besser oder wie auch immer. Und dann sehen wir uns in einer neuen Folge wieder. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.